Die Entwicklung geht auch an meinem Job nicht vorbei. Darum habe ich mich weitergebildet. Und jetzt kann ich die anderen alt aussehen lassen, obwohl ich selbst einer der Ältesten bin. Das bringt mich weiter. Nutzen auch Sie die zahlreichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit. Mehr dazu unter www.dasbringtmichweiter.de